so einen wundervollen montag abend wir sind heute sehr sehr spät dran die woche ist sehr sehr komisch gestartet aber jetzt haben wir gerade 21 uhr 53 die episode heute muss noch online jesse war auch schon da da gab es auch schon was gutes aber ja ich hoffe ihr seid gut in die woche gestartet war viel besser als wir in die woche gestartet weil meine güte meine güte dann nimmst du dir was vor da hast du bock was zu machen und dann kommt wieder komplett anders ich will jetzt soweit in die materie einsteigen aber der morgen hatte es in sich ja aber auch hallo an der stelle ich habe hier auch noch mal wie ist die lage was haben wir mitgebracht worüber wo wir sprechen wir haben uns gedacht wir bringen mal ein für uns fachliches thema mit wo mit dem wir uns gut auskennen und zwar werden wir natürlich des öfteren gefragt was ist network marketing und auf was sollte man achten wenn man in einem network marketing unternehmen einsteigt oder generell in direktvertrieb und 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 könnt ihr ein paar tipps geben dies das ananas und ich dachte das wäre vielleicht mal ein gutes thema das heute zu beackern also als erstes muss man natürlich dazu sagen haben wir natürlich das beste network ich wollte nur mal so gesagt haben was ist tatsächlich so also ich empfehle euch vergleicht auf jeden fall mal erster tipp ist schaut euch den marketing plan an und vergleicht die miteinander und tatsächlich ist das was was ich auch permanent tue also nicht nur am anfang gemacht habe oder irgendwann mal gemacht habe sondern wirklich wenn mich jemand anspricht weil natürlich ist es auch immer wieder die krux an dem ganzen dass die leute denken sie müssen leute ansprechen die schon in einem network sind aber in der regel wenn die leute da wo sie sind erfolgreich sind sie natürlich auch zufrieden und wollen natürlich nett dauernd von jemand gepitcht werden aber leider gottes passiert ist und nichtsdestotrotz mache ich mir manchmal die zeit und gucke mir den marketing plan an und ich muss wirklich sagen ich habe noch keinen besseren gesehen wie unserer jetzt mal völlig wertfrei egal ob wir jetzt bei der company sind oder nicht da will ich jetzt gleich erstmal einsteigen es gibt verschiedene punkte eine ahnung kannst du an der hand abzählen kannst du eine liste draus machen pro und kontra aber ich finde halt prüft das ob das ganze geschäftsmodell auch seriös ist prüft was für ein produkt dahinter steckt weil ich habe kummer wenn du mir ein immaterielles gut gibst verdammt schwierig ja wir sind hier mit dem thema versicherung oder sowas zu verkaufen oder irgendwelche ominösen kurse die mal pre recorded wurden dann versuchst die kurse zu verteilen oder leute zu finden die dann diese kurse zu verteilen wollen oder müssen oder wie auch immer ich gehe davon aus dass du ein starkes produkt hast am besten im besten fall da hast du ein produkt des täglichen bedarfs was bei gefallen natürlich nachgekauft wird es ist auch wichtig zu wissen wie ist die wiederkaufsrate ja jeder einzel handels jedes einzelne handels unternehmen hat ihre parameter was die wiederkaufsrate ist für verschiedene produkten die haben abkaufs absatzzahlen verkaufszahlen und ich denke das ist halt immer so das wichtige du brauchst produkt an der hand wer was funktioniert was schmeckt was ich gut anfühlt was gut tut ja wo der kunde halt eben sagt oder die kundin das kauf ich mal gerne nach also es vor allem wenn du das wenn du das produkt muss da sein sondern vielmehr wie lang ist die firma schon überhaupt auf markt ist es mal salopp gesagt so ein berliner start-up ja was versucht innerhalb von zwei jahren sich rein zu pushen durch diverse marketing tätigkeiten oder ist halt eben die firma beispielsweise schon über 45 jahre am start ja wo halt eben schon einige stürme hinter sich hat wenn man das so sagen kann ja also damit geht auch einher irgendwo dass auch die güte und qualität der produkte entspricht natürlich hast du immer diese naysayers ja die dann sagen ja das ist überteuert oder keine ahnung wo kommt die preisfindung überhaupt her ja aber die güte und qualität spricht für sich also ich natürlich wenn wir sagen unsere produkte sind die besten blablabla ja also wer kennt das nicht ja diese diese machart aber es geht also das ist so also das ist tatsächlich es ist ja nicht nur also abhängig davon dass wir schon seit sieben jahren mit dieser firma arbeiten und dass wir wirklich alle produkte also zu 99 prozent alle produkte nutzen und lieben und jemand der zu uns nach hause kommt und ich bin mir auch sicher jeder der uns auf den sozialen medien verfolgt wird im hintergrund immer irgendein produkt sehen weil es wirklich so ist die firma gibt seit 45 jahren und der preis kommt von der qualität des produktes da arbeiten richtig richtige fachexperten also sei es doktoren wirklich arbeiten an den produkten wir waren selber schon in der produktion in amerika gewesen die arbeiten daran und entwickeln wirklich die neuesten innovationen die es auf markt gibt also wir verkaufen nicht einfach nur kollagen weil kollagen jetzt hip ist wir haben kollagen weil es ist einfach ein marine kollagen es ist ein kollagen was dann körper anregt wieder die eigen kollagen bildung anzuregen also das sind so themen also es ist nicht nur irgendetwas sondern es ist wirklich dinge mit hand und fuß und deswegen ist auch der preis da weil bei uns sage ich mal zahlt man wirklich für die qualität der rohstoffe die verwendet werden man zahlt auch dafür dass wir fair trade sind das heißt wir haben eigene mitarbeiter die per hand die aloe auf dem feld abernten per hand filetieren wir haben in der logistik mitarbeiter die per hand sage ich mal die kartons verpacken die ganze verpackung ist auch umweltfreundlich sei es jetzt unsere flaschen in denen das gel ist sei es jetzt die kartons die verwendet werden sind hochwertige kartons und da daher kommt die preiskalkulation und eben nicht wie es im normalen vertrieb ist dass man sagt okay ich habe jetzt hier eine brand keine ahnung irgendeine marke die eigentlich sage ich mal jeans macht aber die macht jetzt auch ein paar verursachen macht jetzt auch kosmetik und dieses paar kostet jetzt pro flakon 90 euro nicht weil der duft mega geil ist obwohl man schon sagen muss klar riechen die paar first gut oder nicht weil die qualität ist sondern einfach da die preisfüllung kommt einfach größtenteils aus diesem firmennamen und weil dafür geworben wird also die werbung in den sozialen medien die werbung im fernsehen die werbung im radio die werbung im geschäft ist ein großer großer kostenfaktor der natürlich im preis mitgetragen wird und bei uns fällt der halt komplett raus also wir haben keinen großhändler es ist ihr bekommt die ware direkt vom lager zugesandt wir haben keine werbekosten weil die werbung machen wir selber weil wir begeisterte produkt nutzer sind also das sind die themen warum ein preis zustande kommt im prinzip ja also brauchst halt eben wirklich diese top produkte vernünftige ja die wettbewerbsfähig sind marktfähig sind ja die auch eben halt so unter die leute kommen natürlich musst du auch gucken wenn du geld verdienen willst ja und möchtest ja wie ist der vergütungsplan überhaupt aufgebaut was sind die verdienstmöglichkeiten aber auch die die das thema der rechtlichen konformität ich glaube hier mittlerweile in deutschland oder auch in der europa brauchen wir uns über solche dinge eigentlich keine gedanken mehr zu machen da ist wie gesagt die jungen wilden die durch irgendein ominöses produkt rein starten wollen in den markt und der ganz komische verdienungspläne unterjubeln wollen aber wie sieht es aus wie ist es denn wie es auf landesebene geklärt was ist da das uwg mal beispielsweise ja ist es da geregelt und bitteschön ja weil das thema pyramiden system gut ich will das ich will das jetzt nicht angreifen das thema weil es echt ich bin es echt leid ja oft darüber habt sprechen zu müssen weil ich brauche jetzt nicht hier von einem strukturvertrieb über den klassischen vertrieb mit chefs mit abteilungsleitern mit geschäftsführern und so weiter mit geschäftsleitung darüber zu sprechen was der unterschied jetzt ist aber ich glaube das wir müssen wir müssen hier explizit das herausarbeiten wenn jemand von der will dass du betrag x in die hand nimmst um ich rede hier auch nicht vom franchising ja wenn du jetzt denkst du gehst zum goldenen m oder oder willst dir irgendeinen hut aufsetzen ja wo du dann lizenzgebühren noch und nöcher zahlst ja aber wenn jemand sagt bei mir kannst du erst durchstarten wenn du fünf mil in die hand nimmst dann würde ich auch passen weil da würde ich sagen ist es das ja vor allem wenn es kein produkt als gegen 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 genau wenn du wenn du einfach nix wenn du nix in der hand hast oder beispielsweise jemand dir so ein ventilator für 5000 euro verkaufen will ja ich mal klar bei uns kannst du dir auch nur ein starter paket holen was ich auch vernünftig finde weil ganz ehrlich wenn ich in einem wie oft war ich in einem fitnessstudio da kannst du auch starter pakete dir kaufen wo ein handtuch dabei ist ein ja natürlich da belaufen sich beträge halt eben nicht auf 200 euro oder sowas ja kann teilweise auch natürlich nach oben aussuchen ja aber da mault aber keine herum aber wenn ich sage du hast ja produkte die funktionieren für deine körperpflege für den täglichen gebrauch was gibt es da zu meckern und vor allem du kannst die produkte zurückgeben was auch wiederum ein leider was leider viele firmen halt eben daraus nicht machen deswegen auch viele schwarze schafe unterwegs sind das muss man auch mal eben so ansprechen ja aber ich sage mal so das ist schon mal auch ein kriterium was wir euch auf jeden fall mit an die hand geben können wenn du wo startest zu welchen bedingungen also kannst du für null euro starten und de facto ist es so bei uns kann man zu null euro die geschäfts lizenz erlangen und das ist für mich ein haupt ausschlaggebender punkt bei mir im team haben viele leute gestartet mit null euro und haben sich wirklich ihre erste position erarbeitet und ich habe ihnen geholfen die zu erarbeiten und es ist auch easy easy machbar natürlich wie damals sagt ist es besser wenn man das standard paket kauft ich meine das kostet das günstigste 400 euro man hat da produkte dabei die man alles selber nutzen kann also selbst wenn man mit der firma nichts mehr zu tun haben will sage ich maße das alles jeder muss zähne putzen ist zahncreme drin jeder brauchen deo jeder braucht schambo spülung eine creme mal zu glänzen den körper ist auch nicht verkehrt also so dinge sind da drin aber wie gesagt das ist ein kann und es ist kein muss und das ist das erste kriterium was ich euch sage guckt dass ihr nicht vor allem wie dommer sagt überteuert etwas kaufen müsst um zu starten das wäre so mein erster hinweis aber du wolltest mit dem schneeball system das noch genau ja natürlich kannst du das runter brechen also natürlich eine firma wie wir bei uns jetzt im background wenn ich schon seit über 25 jahren hier auf dem markt ist dann ist dieses dann ist dieses ganze thema obsolet ja wir haben produkte wir haben vertriebs also vertriebs menschen ja wir haben die 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 owner die business owner die ihr geschäft betreiben bitteschön ja dann was was gibt es da großartig rum zu meckern ja also ich sage mal das thema schneeballsystem sind ja meistens sowieso die leute die keine ahnung haben die das in mund nehmen wissen gar nicht was ein schneeballsystem ist das schneeballsystem ist laut uwg paragraf weiß ich jetzt gerade nicht auswendig dommer kann bestimmt gleich schauen ist es in deutschland verboten das haben wir schon im ersten semester in unserem bwl studium gelernt und das gesetz gegen unlauteren wettbewerb ja genau und letzten endes ist es so dass ein schneeballsystem auszeichnet wie damals gesagt hat dass man für einen hohen betrag ohne einen gegenwert zu bekommen in einer firma einsteigen kann oder man bekommt minderwertiges produkt das heißt muss 5000 euro zahlen um zu staaten bekommst aber ein produkt was ein euro wert ist oder du bekommst gar kein produkt und das geld wird nur verdient dadurch dass neue sich einschreiben das ist im prinzip bestehballsystem und das ist im prinzip auch in deutschland verboten ja das ist auch mit recht verboten weil es halt eben auch kein geschäftsmodell ist klar natürlich haben wir im hinterkopf was damals in den vereinigen staaten passiert ist das ganze thema ponzi scheme daher kommt es ja vom herrn ponzi ja der eigentlich gar nichts auf auf tasche hatte sondern einfach nur das geld verdient hat immer denen halt eben leuten gesagt hat so und so viel kostet das wenn du dein geld wieder rein haben willst plus minus mal geteilt muss der nächste der kommt wieder mehr geld mit reinbringen und so war das system hat eben auch zu scheitern natürlich gibt es auch die hochrechnungen wenn das jeder mensch auf der welt arbeiten würde dieses system darum darum geht es jetzt aber gar nicht funktionieren wird es quasi in sich implodieren so aber wir müssen dass wir müssen das kind beim namen das ist ein ganz normaler vertrieb ganz ehrlich wenn ich jetzt irgendeinen von von den influencern da draußen sehe ja die die auf irgendeinen kack verprovisioniert werden ja die ihren affiliate link posten ist es ist das ist das wenn wir davon ausgehen wollen was für eine art von vertrieb ist denn das da wird mein da wird mein gutschein code gepostet ja mit 15 prozent oder andere hier auf twitch und und auf andere auf anderen streaming plattformen ja die bekommen dann irgendwelche donations ja von 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 kids ja oder mit irgendwelchen bits wird er sich da reingekauft und twitch prime ist ja kostenlos wir kennen die ganzen sprüche und und genau diese leute denen auch so 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 videos gegen oder auch für network marketing also viel mehr gegen das ganze vertriebsmodell machen ja lassen sich auch gut entlohnen ja von etwaigen werbepartnern oder auch von etwaigen usern die sich dann durch supers oder was weiß ich auch immer durch die welche coins bei sich reingekauft haben ja also ich sehe das als ganz normalen vertrieb wir haben ein produkt das funktioniert das gefällt das duftet wir auch immer so so was macht denn jetzt der unterschied zwischen jetzt mal beispiel ich möchte gerade richtig reinpedern zu einem parfüm influenza ja der bringt jetzt seine eigenen produkte raus so ja ja und dann dann hast du deine community deine followerschaft die kaufen dir das alles ab also da will ich mal sagen ja also es ist ein vertrieb fertig ja es ist gar nicht böse gemeint aber diese ganzen produkte die da rauskommen die können gar keine gute qualität haben weil also jemand der als einzelperson ist egal was jetzt von mir aus ein getränk auf den markt bringt der kann dieses der hat keine eigene firma wo er produziert der hat keine firmen wo er mega die rohstoffe abnehmen kann und die importieren kann und so ist ja logisch weil der hat die absatzmenge ja noch gar nicht wenn der startet und er gründet ja auch kein getränke handel sondern der der will einfach nur ein produkt rausbringen wo sein name draufsteht das heißt der sucht sich eine firma die getränke produziert und tüftelt mit der eine geschmacksrichtung aus aber vom preisverhältnis der preis leistungsverhältnis muss es ja so passen von der verpackung von dem von der herstellung von den rohstoffen also muss von allem passen dass der preis trotzdem für den endverbraucher noch in ordnung ist also könnt ihr euch ja selber ausrechnen wie gut kann denn die qualität einfach noch sein aber nichtsdestotrotz sind die produkte sehr hochpreisig weil wie gesagt ist auch logisch weil wenn ich halt nur ein zwei produkte produzieren fang gerade an dann habe ich einfach hohe produktionskosten und 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 kostenverpackung logistik was alles mit dazu kommt und im direkt also ich sag mal im network im direktvertrieb egal wie man das kind nennen mag die produkte haben wirklich eine hochwertige qualität das ist einfach so unsere company gibt seit 45 jahren wir sind der größte bio bauer wir sind weltmarkt führer was wirklich das thema aloe vera in allen facetten angeht ob produktion ob vertrieb oder sonst was von daher das ist einfach so aber es gibt nicht nur unsere company es gibt auch andere tolle firmen wo ich euch sage wo ich persönlich sage ja ich kaufe da weil ich einfach weiß die qualität ist gut ich meine jeder kennt die tupper dose ja damals ist jetzt der sagt zwar aber ganz ehrlich auf die tupper dose hast du auch deine 25 jahre garantie das weiß jeder und ich muss wirklich sagen also meine oma die hatte vor ein paar jahren noch so eine wie heißt es so eine puderzuckermühle und die war kaputt und ich war tatsächlich gerade teilnehmer an der tupper party und ich konnte das dann für sie austauschen lassen obwohl meine oma das produkt ja nie bei der frau gekauft hat wo ich jetzt die tupper party da also an der tupper party teil genommen habe und die puderzuckermühle auch bestimmt schon zehn jahre alt war und die hat die ohne probleme ausgetauscht bekommen ja aber keine ahnung es gibt noch genug andere sage ich mal networks wo ich sage die haben echt eine mega gute qualität also egal ob das jetzt ich sage mal provin kennt jeder für das thema putzmittel zum beispiel ich muss sagen ja wir haben auch einige putzmittel von provin und ich sage mal so die haben mega spektrum das finde ich ein bisschen fragwürdig das ist meine persönliche meinung die haben mit putzmittel gestartet ich finde immer bleib bei dem was du angefangen hast da bist du gut aber das thema putzmittel ist mega bei denen ja natürlich also ich will da gar nicht so viel in frage stellen vor allem will ich mich da auch nirgendwo jetzt wirklich dort auch in der range reden ja der eine sagt du kannst äpfel mit bier nicht vergleichen auch ganz klar wir haben klassischen vertrieb auch in unserem alten job leben sage ich mal hatten wir auch unsere führungshierarchien ja da wurde auch nach oben gekloppt nach unten gebuggelt kennt man so der spruch wer verdient an wem was ganz ehrlich ja wenn du mir wenn du mir in keine ahnung in krummen können ja dann ist ja halt eben auch nichts vergönnt also ich persönlich würde einfach sagen such dir als erstes mal ein produkt aus was du dir passt wo du sagst du kannst was mit anfangen wenn du jetzt zum beispiel sagt keine ahnung ich mach zum beispiel ich bin masseur im massagestudio und arbeite zum beispiel mit aromatherapie dann macht es für mich sinn dass du mit mit einem network arbeit ist das vielleicht ätherische öle hat zum beispiel keine ahnung ist total egal zu was du eine affine hast das passt einfach zu dir als such dir ein produkt was zu dir passt hinter dem du stehen kannst natürlich ich bin klassisch gelernter verkäufer also mit 16 die lehre angefangen ein guter verkäufer kann alles verkaufen aber es ist ein unterschied ob ich etwas verkaufe oder ob ich ein produkt von herzen empfehle und der kunde einfach merkt wie überzeugt ich davon bin was ich vielleicht aber im eigenen körper für vorher nachher effekte habe was ich bei meinen kunden familienmitgliedern freunden für vor nachher effekte habe ist ein unterschied deswegen ist wirklich wichtig dass du hinter dem produkt stehen kannst und die produkte nutzt ich sag mal so ich komme aus dem textileinzelhandel selbst da war es so dass man als mitarbeiter sage ich mal zwischen 25 oder ich glaube zwischen 30 und 35 prozent rabatt hatte auf die klamotten weil man sollte natürlich die kleider aus dem laden tragen weil klar die kunden wenn die fragen natürlich mal sagen sollte ja gehen sie mal hoch in die abteilung so und so zum beispiel und so ähnlich kann man sich das hier halt auch vorstellen müssen wir sind halt im empfehlungsmarketing und der erste tipp wäre einfach guckt dass das produkt zu dir passt und guckt dass es eine gute qualität hat bei uns ist zum beispiel familiengeführtes unternehmen das heißt es gibt keine aktionäre die mitbestimmen es gibt keine vorstände weil da geht es ja oftmals immer nur um profit immer nur dass die zahlen stimmen die wollen möglichst viel gewinn haben und am ende wenn man möglichst viel gewinn rausquetschen will kommt meistens zu leiden von dem produkt also dass quasi die qualität des produkts verschlechtert wird oder in anführungszeichen der mitarbeiter darunter leidet also der der im vertrieb ist und das ist bei uns wirklich nicht der fall weil es ist ein familiengeführtes unternehmen die ihre überschüssigen gewinne an vertriebspartner ausschütten die sich dafür qualifiziert haben und die natürlich auch besondere leistung gebracht haben einmal im jahr also nicht irgendwelche aktionäre sondern wirklich die leute die am mann stehen und arbeiten das ist schon mal ja ja natürlich das trifft voll und ganz zu natürlich da wird der ganze gewinn ausgeschüttet aber merkt halt eben schon wie ist die beziehung zwischen zwischen den leuten die die wechselbeziehung der der vertriebspartner mit der company haben wir auch während der letzten vier jahre auch so kennengelernt oder ich sag mal seit 2020 wurde es alles so heftig wurde wo viele halt eben viele arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen dann auf den normalen arbeitsmarkt da draußen 60 prozent lohn hatten lohnausfall lohnkürzungen dies und das ja wo wo wirklich monatelang gar nichts ging wo auch betriebe geschlossen wurden temporär war mir quasi ja also hatten wir die möglichkeit sogar etwaige auszahlungen früher zu erhalten oder 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 ja ich meine die firma auch sehr sehr finanzstar aber was ich auch noch mal sagen will empfehlungsmarketing wenn man so runterbrechen wollen ganz ehrlich ihr da draußen ja oder viele menschen da draußen die die konsumieren influenza minute für minute haben eine watch time auf ihrem handy ihre display zeit von acht stunden teilweise werden dauerberieselt von irgendwelchen produktempfehlungen auch ganz toll wo dann ab und zu so ein youtuber leute hops genommen hat wo er seine eigene creme gemacht hat ja die leute haben alles weiter empfohlen da kauft ihr nehmt den rabattcode ja aber beispielsweise jetzt empfiehlst du dein lieblings italiener weiter deine lieblingsrestaurante von dem bekommst du kein gutschein danke für deine 20 neuen kunden die du mir gebracht hast hier hast du mal ein chianti hier hast du mal flasche chianti umsonst oder lambrusco und das nächste essen geht auf mich ne puste ne pfeifer deckel da geht gar nichts aber halt immer mit dem mit dem großen gehobenen finger auf auf dieser branche hat eben zu sein ich empfinde es so das ist meine empfindung da kann kann auch jeder gerne sagen was er will und darauf drauf rumreite für mich ist es einfach ein empfehlungsbasiertes geschäft mit gefällten produkt ich weiß was ich da konsumiere ich kann es besten herzens warmen herzens weiterempfehlen und fertig ja ich meine mach mal mach mal mach mal doch die ganze geschichte nicht größer wie sie ist das ist das eine und der zweite punkt auf den ich auf jeden fall ach also wir haben gesagt produkt muss zu dir passen die qualität vom produkt muss passen am besten wie es wie damals schon gesagt hat ein verbrauchsprodukt wo die leute jeden monat wieder brauchen also sowas wie supplements oder zahncreme shampoo ne ich meine unsere produkte sind extrem ergiebig also du wirst nicht jeden monat eine zahncreme brauchen weil die echt super ergiebig ist aber du hast da einfach kundenstamm der immer wieder kommt weil es eben güter des täglichen bedarfs sind wir haben gesagt wichtig ist dass du zu null euro einsteigen kannst klar es macht immer sinn wie gesagt start-up paket zu kaufen aber die möglichkeit muss da sein also für null euro die lizenz zu erhalten der dritte punkt wo für mich sehr wichtig ist und zwar wenn du eine position im marketing plan einmal erreicht hast dass du dir auch immer behält es gibt super super viele unternehmen in denen ist es so du erreichst eine stufe ich mache mal ein beispiel du musst 5000 euro umsatz machen und erreicht eine stufe und ab dem zeitpunkt musst du diese stu also musst du jeden monat immer wieder diese 5000 euro umsatz wiederholen um diese stufe beizubehalten oder innerhalb von einem viertel jahr das immer wieder also einen monat haben wo du die 5000 euro hast sonst fällst du im marketingplan wieder nach unten und das ist scheiße sage ich euch weil kann ich euch aus der klassischen wirtschaft sagen nicht jeder monat ist umsatz stark oder umsatz gleich der sommer ist immer ein schwieriger monat weil die leute sind einfach viel im urlaub die leute sind draußen auf festen am grillen ansonsten was die haben andere dinge im kopf wird sage ich mal klar müssen die nach wie vor zähne putzen aber die haben vielleicht keine lust weiß der kuckuck eine körperreinigung zu machen oder so oder weiß ich nicht beschäftigen sich halt mit ihrem urlaubsthemen generell eine schlechte zeit ich sage mal so der herbst winter zu weihnachten hin ist immer eine gute zeit weihnachten natürlich generell da gibt es weihnachtsgeld und so weiter es gibt verschiedene zyklen die man einfach in verschiedenen branchen hat unabhängig ob netwerk oder net also ist es eigentlich auch sage ich mal nicht machbar immer wieder diese 5000 euro zu machen natürlich wenn der network wächst solltest du auch immer mehr machen sollte es kein problem sein aber das leben passiert bei jedem wie das leben passiert und es kann natürlich auch sein dass du mal einen schweren schicksalsschlag in der familie hast es kann sein dass du krank bist und liegst im krankenhaus und kannst nichts machen ja normalerweise hast du ein team unter dir die auch was tun aber wenn du im krankenhaus liegst kann es natürlich schwierig werden sage ich mal diese 5000 euro zu machen und wenn du dann sage ich mal runterfällst von der stufe ist es super ärgerlich bei uns ist es so du hast eine stufe einmal erreicht du behältst die ein leben lang wenn ich morgen sage keine ahnung ich will jetzt hier einmal autark machen und macht global dritter schmeiß alle elektrogeräte weg und bin ein jahr ohne internet ohne alles unterwegs dann mache ich das und dann bin ich trotzdem wenn ich zurückkomme immer noch senior manager und mein team hat im besten fall auch weitergearbeitet und ich habe davon profitiert sage ich mal aber egal wie es ist auf jeden fall einmal die stufe erreicht immer behalten ja und das ist für mich halt eben auch der punkt den man hier auch so raus raus schreiben kann das ist faire und respektvolle geschäftspraktiken sind ja da wo keiner benachteiligt wird sondern ganz im gegenteil dass du gefördert wirst dass die vertriebspartner gefördert werden ja wo ich auch wieder zu sagen muss ja wie sind aus die wie sind die schulungsmöglichkeiten aus support möglichkeiten schauen wir wie viele einfach nur links liegen gelassen werden wir sehen es ja selber ja was da draußen so an network werbung gemacht wird ja aber ich will ganz kurz vergessen wir da rednet ganz kurz was sagen weil ich jetzt was gesagt habe von wegen team hat was gemacht der nächste punkt der bei uns fährst ist immer der der arbeitet verdient am meisten weil es wird ja immer so nachgehalten von wegen da sitzt einer ganz oben der hat sich als erst eingeschrieben der verdient die millionen und der rest der verdient nämlich gar nichts mehr der guckt in die rea und schafft nur so ist ja immer so das gerücht das ist bei uns nicht so der der arbeitet verdient am meisten an der sache der der denjenigen sage ich mal angeworben hat für das geschäft oder sage ich mal für das business oder der halt einfach oben drüber ist nenne ich es jetzt mal der bekommt einen kleinen anteil aber auch nicht bis ins unendliche sondern wirklich nur drei stufen unten drunter also und das ist das faireste und jeder bei uns jeder egal ob double triple diamond oder ob jetzt assistant supervisor der frisch eingestiegen ist jeder muss im monat die gleiche den gleichen umsatz machen um überhaupt zu verdienen um überhaupt zu profitieren von einem sage ich mal von von einem bonus ne ja am bonus so zu partizipieren es gibt ja auch nicht nur den reinen umsatz den du machen kannst generieren kann es gibt ja auch ich kann mich nicht da hinsetzen und gar nichts mehr machen das funktioniert nicht hinsetzen und gar nichts mehr machen die mindestanforderungen muss jeder machen und wie gesagt der der arbeitet verdient bei uns immer am meisten die anderen bekommen einen kleinen anteil davon aber 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 jetzt nur mal so wie das sind ja für mich lauter hottext die man heute haben ich glaube so werde ich die episode auch nennen unser hottext network marketing aber guck mal für die leute also wenn wir wenn wir jetzt ein team partner haben oder was weiß ich nicht du willst du hast bis von produkt aufs geschäft gekommen wie auch immer wieder wertegang ist und dann sagt die person ja oder verdienst du ja an mir ja lass es zwei lass es fünf lass es zehn euro sein je nachdem was der umsatz ist je nachdem was für eine stufe du hast du verdienst was an mir das will ich nicht also ganz ehrlich also es muss ja eh alles versteuert werden ja also fünf euro sind nicht fünf euro na ähm zehn euro sind zehn euro die bei dir ankommt ähm muss versteuert werden na ähm papa papa staat feller staat wird äh kümmert sich streng darum so das ding ist ja jetzt jetzt guck mal wo wir gearbeitet haben oder wo wo auch in jedem anderen betrieb hier in deutschland dein abteilungsleiter wir fangen mal ganz ganz unten an du bist keine ahnung bist eine aushilfe dann hast du die festangestellten da hast du abteilungsleiter überabteilungsleiter und so weiter die verdienen ja auch alle ne also ich ich habe ja mich mich gut stellen können wenn meine mitarbeiter gut gearbeitet haben ne ich habe ja quasi an denen verdient aber die haben ja auch was verdient ne also ich kapiere halt nicht dieses man muss ja aber auch man muss aber man muss ja auch dazu sagen um erfolgreich zu sein entweder bin ich eine person die so eigenständig ist also ich bin im wahren leben vielleicht schon so wie wir eine führungskraft die eigenständig strukturiert arbeiten kann die weiß wie man team führt die weiß wie man leute ausbildet ne also entweder bin ich so jemand schon oder ich bin in der regel jemand der das gar nicht gewohnt ist ich bin jemand der angestellt ist der nicht in der lage ich sag mal nicht er ist einfach nicht gewohnt seinen eigenen einsatzplan zu schreiben einfach nicht gewohnt zu wissen okay was sind meine tätigkeiten ohne dass es mir jemand sagt nicht gewohnt ein team zu führen nicht gewohnt ähm vielleicht leute sage ich mal ähm wie sagt man ähm zu verkaufen vielleicht generell ne so verkaufspraktiken fehlen vielleicht wie führt man ein kundengespräch wie führt man ein bewerbungsgespräch wenn jemand bei mir einsteigen wie mache ich solche dinge ja wie arbeite ich mit social media wie verdiene ich mit instagram geld wie verdiene ich mit tiktok geld wie verdiene ich mit youtube geld mit facebook geld das sind vielleicht alles dinge von denen hat ich würde einfach mal behaupten haben 70 bis 80 prozent keinerlei ahnung wenn jetzt sogar mehr und du musst jetzt mal so sehen wir bringen unserem team das alles kostenlos bei also das sind themen für die andere leute bis in den zehntausender bereich beträge zahlen um das zu lernen das kriegen die leute von uns kostenlos unser wissen vermittelt wir unterstützen wir gehen natürlich mit in die ersten kundengespräche wir gehen mit in die ersten bewerbungsgespräche wir zeigen euch dass wir haben leitfäden checklisten wir haben eine kostenlose einarbeitung wirklich also eine plattform wo du eingearbeitet wirst also wirst nicht von uns eins zu eins eingearbeitet das auch natürlich aber du hast eine plattform wo du 24 stunden zugriff drauf hast und kannst dich quasi selber coachen schulen wie auch immer man es nennen mag und das alles kostenlos ganz ehrlich und wenn wir dann da dann an deinem verkauf vielleicht mal noch sage ich mal die drei euro verdienen dann ist es definitiv mehr als nur berechtigt oder auch mal oder auch einfach mal der gedanken dann guck mal wie anmaßend jetzt betreibe ich irgendeinen also wir wollen das thema jetzt auch nicht weiter ausschlachten aber wir haben ja noch ein bisschen was abzuarbeiten betreibst jetzt einen food truck hast deine zulieferer weil du wirst selten wenn du burger brätst ja burger verkaufst dir eine kuh halten die schlachten die dann auseinander nehmen so jetzt gehst du hin zu dem zulieferer zulieferer sagst ey ich will ich will ich will ich will dein produkt dein beef zum selbstkostenpreis ja ich will dass du an mir verdienst ja wie sollen dann geschäfte funktionieren bratte wie sollen das also natürlich könnte man das noch anastar ausdrücken und dann der dommer hat unrecht und ich habe ganz ehrlich ich sage euch so wie es ist so leute will ich gar nicht wenn ihr so denkt bitte meldet euch nett bei mir tut mir gefallen spart mir die zeit ich will gar nicht mit euch sprechen also das ist für mich einfach quatsch thema 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 haken dran so erfahrene und glaubwürdige 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 sagt auch ablehend aber ich sag mal so führungskräfte ja die schon die wissen was zu tun du hast ja auch gesagt was wir alles anbieten mittlerweile ja ja ähm klar das da sagte eine auch das aber nie im leben ist nie was kostenlos natürlich musst du so denken du bist ja auch in so ein bisschen auch durch das klassische system durch eine ausbildung ähm durch unsere tätigkeiten wo man ganz ganz lange im lebensmitteleinzelhandel waren ähm natürlich ellenbogen gesellschaft kennen wir alles ja aber ganz ehrlich die äh die app-plattform ja oder auch die videos und die trainings die hinterlegt sind die haben wir auch die haben wir eingesprochen so wir machen die coachings so also ich gehe jetzt davon aus dass dann return on investment innerhalb von 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 zwei monaten stattfindet und ich da jetzt eine million schiebe oder irgendwas das ist bullshit wenn du was weitergeben kannst an die menschheit ja sei es auch nur in deinem in deiner umgebung in deinem dunstkreis ist doch ein win ja ähm deswegen wir haben eine ganz tolle plattform am start die du so nutzen kannst kostenlos nutzen kannst 24 7 fertig ja und du musst ja keine abo gebühren bezahlen aber ich finde das wäre auch nochmal ein wichtiger hinweis äh was soll ich tun wenn ich mir ein network aussuche such dir die leute aus mit denen du arbeitest wichtig ist von wem also in welches welchem team trittst du bei also ich persönlich würde empfehlen jetzt nicht unbedingt bei der nummer eins einzutreten weil die für die nummer eins bist du halt auch einfach nur eine nummer weil die nummer eins meistens schon eine millionen team partner wahrscheinlich hat ähm und da musst du dich erst mal wie soll ich das nennen du musst dich erst mal also da muss erst mal die aufmerksamkeit gewonnen werden dass du da wirklich eins zu eins mit der person arbeitest also dafür musst du viel leisten und selbst dann logisch würde die die zeit nicht haben weil wie gesagt wenn die so viele partner hat ähm es geht funktioniert gar nicht ich würde mich in dem ich würde mir jemand aussuchen der in einem also der in dem erfolgreichen team ist aber einfach nicht der erfolgreichste also vielleicht an so einem punkt noch am aufbau weil derjenige wo noch am aufbau ist hat das größte interesse dass auch du erfolgreich wirst und nimmt sich auch die zeit weil es seine oberste prio gerade ist quasi nicht sein geschäft zu halten sondern zu wachsen und da würde ich dir empfehlen geht da rein aber was natürlich noch wichtiger ist wie der erfolg dieser person ist dass ihr zusammenpasst also es muss einfach von der chemie her es muss einfach passen ihr müsst von der person her euch verstehen vielleicht gleiche interessen haben oder sowas weil man arbeitet wenn man es richtig macht oder wenn man es gerne macht mit leidenschaft arbeitet man schon auch viel zusammen und das sollte das schon vom vom typ her passen finde ich ja da finde ich ähm jetzt auch an der stelle wichtig zu sagen hier bist du in der position ähm die menschen auszusuchen auf die du lust hast die auch wiederum lust auf dich haben ja wo es spaß macht ans telefon zu gehen oder eine nachricht zu schreiben wo man keine bauchschmerzen hat weil weil die kollegin oder der kollege am morgen wieder irgendeine furz quer hängen hat ne also hier bist du quasi dein eigener chef und chefin kannst mit den leuten interagieren wo du willst und ganz ehrlich wer hat noch nicht irgendwelche komischen beziehungen auf arbeit gehabt ja wo dann irgendwie ein bief entstanden ist oder irgendwelche also ne dieser ganze dieser büro hate ja der dann der kaffeeküche abgehalten wird und wer hat den filter nicht gewechselt wer muss den kaffee aufsetzen ja oder wie sieht denn die heute aus bullshit braucht man alles deswegen kannst du aussuchen wenn du schaffst kannst du das unternehmen aussuchen passen die produkte zu dir und vor allem auch noch mal zu schauen um noch ein paar punkte jetzt noch mit reinzustreuen ob das unternehmen auch schon langfristig am markt ist hatten wir glaube ich schon mal so in der form gesagt aber ist es schon langfristig stabil ja klar ein unternehmen muss ich ab und zu neu erfinden change management muss auch wieder reinvestieren in anlagen in neue produkte produktinnovation pipapo wir kennen uns aus aber wirklich wie lange ist das unternehmen auf dem weltmarkt auf dem heimischen markt unterwegs und vor allem ja wie die ganzen geschäftspraktiken praktiken dahinter halt eben aussehen was ein natürlich auch einher geht ja wie ist die reaktion auf die produkte wie ist der ruf ja wenn man jetzt mal aktuell so den trend sieht was da draußen so los ist einige firmen müssen sich warm anziehen ja weil die einfach schmuh betreiben weil da zu viel unklares ist und zu viel versprechen vom vom genie so auf die art dass du hier zu schnell zu 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 reich werden kannst was halt nicht funktioniert wir haben ja auch keine whatsapp gruppe oder buchklub wo du reinkommst und dann am nächsten morgen porsche panamera s fährst nein man darf sich nichts vormachen es ist alles mit arbeit verbunden du kannst gerne als als nebentätigkeit mit 10 15 stunden einsteigen ja das was du aufbringen kannst aber ganz ehrlich wer dir erzählt du wirst schnell reich die 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 person will schnell reich werden nicht dass du schnell reich wirst ja und das ist halt so das problem neppe schlepper bauernfänger die guten die werden übersehen aber de facto ist es so wir brauchen ein stabiles unternehmen wir brauchen einen stabilen marketing plan wo du dich orientieren kannst wie sind die verdienstmöglichkeiten was für stufen kannst du erreichen bleibt dir eine stufe erhalten oder wird sie dir weggenommen musst du ständig darum kämpfen weil wie jenny schon sagte sommermonate können schwierig sein ja wir haben ja nicht unbedingt die capri sonne ja die jetzt mal verkauft werden kann an schulkinder und pipapo deswegen wähle weise und lass dir nicht so viel aufschwärts ganz ehrlich ja also was ich bei uns auch ganz nice finde ist dass man sich für ein 13 des monatsgehalt qualifizieren kann wie gesagt je nach leistung ist auch die da muss man direkt einkriegen mir wurde mein urlaubsgeld genommen in meinem alten job urlaubsgeld genommen weihnachtsgeld genommen dies das wurde mit dem betrag xyz auf die zwölf monate verteilt ein bisschen aufgestockt aber der faktor war es ja so durch die steuerprogression dass du gar nichts davon hattest aber jetzt mach mal du weiter hier 13 des monatsgehalt cheers ja was ich persönlich auch extrem gut finde bei uns ist dass man zum beispiel im autoprogramm kein auto nehmen muss sondern wirklich das geld zur verfügung hat für zum sparen oder was man für was man eben ausgeben möchte finde ich auch sehr gut ja kostenlose reisen haben wirklich die meisten firmen da muss man vielleicht einfach nur gucken wo geht es hin und inwiefern was sind die bedingungen um sich zu qualifizieren aber das sollte glaube ich jetzt netten punkt sein warum ich mich für eine firma entscheide wie gesagt die anderen punkte sind meiner meinung nach viel wichtiger was auch ein sehr sehr wichtiger aspekt ist was mir sehr wichtig war ist einfach das thema dass ich in all also in 160 ländern arbeiten kann also weltweit weil wir haben einfach international einige bekannte kontakte familie einfach das war mir wichtig vor allem wir wissen selber noch nicht wo es mit uns vielleicht irgendwann mal hingeht und auf was ihr da dringend achten solltet wir arbeiten ja mit einer amerikanischen firma zusammen dass es aber in deutschland nicht nur in deutschland sondern in allen ländern in denen die firma arbeitet einen geschäftsführer gibt und dass es dort auch eine offizielle niederlassung gibt weil in dem moment übernimmt die haftung für die produkte komplett die firma und generell die haftung alles was mit der firma zu tun hat übernimmt die firma und ist auch ansprechpartner dafür und das ist extrem wichtig weil ihr könnt euch vorstellen was das wäre wenn ihr produkte vertreibt und am ende sagt jemand hey ich habe haarausfall bekommen und ihr müsst dieses gerichtsverfahren bezahlen das gibt es bei uns definitiv nicht und das war für mich auch ein ausschlaggebender punkt mich für eine amerikanische firma zu entscheiden weil ich das oft gefragt werde weil ich einfach jeder kennt das dass die amerikaner gefühlt jeden auf millionenhöhe verklagen können wenn irgendetwas passiert und ich habe mir einfach gesagt die firma gibt seit 45 jahren wenn es da irgendetwas geben würde was nicht korrekt ist dann hätten die schon geklagt und dann gibt es die firma einfach schon nicht mehr also ja ja ich finde ich finde das ist auch schon so ein guter schlusspunkt ja was für eine firma hast du auf der seite klar wir haben immer regularien wir haben eu richtlinien an die sich gehalten werden muss die natürlich auch produkte dann entsprechend anpassen müssen gibt es immer wieder das gibt es für jeden müde werbe auf dem markt ist das der fall aber ich sag mal so ich könnte vielleicht die 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 punkte die man hier so aufgesagt haben auch noch mal in die show notes irgendwie rein posten oder respektive in die video beschreibung aber ich denke wenn wenn viele also wenn alle punkte irgendwie so erfüllt werden von der partnerfirma da stehen da stehen die chancen gut dass jeder für sich den erfolg erreichen kann den er sich auch setzt noch also nicht so also also was ich bei uns auch noch wirklich herausragenden aspekt finde ist unser firmengründer einfach die werte die er hatte also das kann man ja in der firmen wie nennt man das mission in der ja also ja das kann man in dem wie nennt man das nochmal auf deutsch das kann man in den unternehmenswerten kann man das ja sehen für was die firma einsteht für was die gründer einstehen und bei uns der gründer das war wirklich so eine tolle persönlichkeit also wenn man alleine von ihm reden hört oder wirklich unser statement mission statement oder wie auch immer das jetzt heißt dann merkt man das einfach was er für eine tolle wertvorstellung hat dass für ihn immer der mensch an oberster stelle gestanden hat und auch nach wie vor steht also das unternehmen ist an seinen sohn übergegangen und der mensch hat immer die oberste priorität und wenn man auch sieht wie er einfach von den wert es war einfach ein toller mensch was er für eine werte hatte und ich finde das wäre für mich auch wichtig dass die werte vom unternehmen einfach zu meinen werten passen also das finde ich auch noch ein wichtiger punkt ja genau das muss das muss funktionieren das produkt muss funktionieren das team was dahinter steht ja wenn man sich aussuchen kann umso besser noch mal ich habe es ja schon eben gesagt du bist in der position die es auszusuchen mit wem du zusammen schaffst ja ansonsten ansonsten noch ja eins abschluss sagt network schutz support network das heißt ihr seid selber im network unterstützt auch andere networks weil so wie ihr gute produkte habt haben auch andere gute produkte und ja ja amen das ist das wort hier am montagabend 45 minuten später es wird immer so heiß gegessen wie es gekocht wird ja schaut euch an es ist eine möglichkeit sich was nebenbei aufzubauen gebetet wird auch nicht na jeder muss das für sich entscheiden hier wird keiner gezwungen zu irgendwas weder zu start-up-paketen oder was weiß ich nicht was die was die leute sich da immer ausdenken und die erklären wollen was was mlm und network marketing ist ja also ein punkt noch es gibt keine abkürzungen bitte lasst euch diese illusion wenn schon jemand kommt und sagt morgen sei der millionär dann guckt dass ihr das weiter sucht weil das ist der totale schwachsinn also man kann sagen durchschnittlich braucht man also wenn man wirklich die finanzielle freiheit anstrebt dann würde man fünf jahre vollzeit oder mehr als vollzeit einsatz brauchen für dieses business um das zu erreichen wenn man das erreicht hat hat man es wirklich erreicht aber wie gesagt es wären fünf jahre vielleicht sogar sieben tage die woche zwölf stunden oder so wenn man das schnell erreichen möchte langsam erreichen kann man alles an zielen es kommt immer darauf an wie viele stunden an zeit habt ihr übrig das muss das ist auch so eine sache wie geht derjenige der euch sponsort mit euch ins gespräch was in eure ziele was wollt ihr verdienen wie viel zeit könnt ihr mitbringen was das muss alles genauestens analysiert werden und dann kann man auch die schnelligkeit davon sehen natürlich gibt es menschen die sind mega strebsam bei denen geht schneller es gibt menschen die sind etwas langsamer da geht es dauert das 20 jahre von mir aus ne aber es geht darum kontinuierlich wachstum zu kreieren und zu wachsen und es ist arbeit wenn euch jemand erzählt es ist nur am strand liegen und remote und digitaler nomade und sowas ja ihr könnt am strand liegen und arbeiten haben wir auch schon gemacht aber es ist dann halt nicht am strand liegen und schlafen sondern es ist dann am strand liegen und arbeiten also man muss schon etwas tun um geld zu verdienen so sieht es aus also lasst euch nichts erzählen vielleicht findet ihr auch das was wir jetzt hier zum besten gegeben haben als als totalen humbug und dann kommt irgendeiner mit dem pro und kontra kommt wir belassen es dabei unserer meinung nach das beste geschäft der welt so ist es viele vorteile aber auch natürlich kann es wie auch im normalen job draußen der normalen wirtschaft dass man immer davon normal und so reden muss also es gibt immer für ihn wieder dem dem das nicht passt also ich meine wenn jemand hat holt mich ein gesprächig alter was ist los also wenn jemand was zu ergänzen hat schreibt gerne in die kommentare wenn jemand das was wir sagt nicht passt wenn jemand uns entleiten kann ihr seid jederzeit frei zu gehen ihr müsst nicht auf unserem kanal verweilen ihr müsst das nicht wir brauchen eure wir brauchen eure meinung eure negative meinung nicht unser untere uns unter unseren videos vielen dank fürs einschalten vielen dank fürs zuhören lasst gerne ein leichter ein kommentar da sofern es konstruktiv ist bleibt es mir gesund oder bleibt es bleibt es uns gesund und stabil wir hören und sehen uns am donnerstag zur nächsten episode wir waren noch eine episode letzte woche schuldig aber darum geht es jetzt nicht wilde woche ciao ciao